Musik Böhmisch-Krumau ist heute einzigartig in Zentraleuropa. Der historische Stadtkern ist noch zur Gänze erhalten und schmiegt sich malerisch in eine Schleife des Flusses Moldau. Über dem Ort thront eine der spektakulärsten Schlossanlagen der Welt. Auch sie blieb bis heute in ihrem historischen Bestand erhalten. Das Schloss war in der Vergangenheit das Verwaltungs- und Herrschaftszentrum der gesamten Region, einer dicht bewaldeten, windigen Hochebene. Hier beginnt Rainer Köppel mit seiner Spure.